Scheiße! Ich hab ein paar Pfeile gefunden. Und Leder. Ja, jetzt bräuchte man deinen Bohrung, den du vor uns hattest. Warte, hier muss ich noch zu machen. Ich mach alle Eingänge erstmal zu, ja. Was? Wie, was? Ähm, jetzt nochmal. Dann ist es keine Unterhaltung, oder was wolltest du mir sagen? Du hast irgendwas gesagt, die unterhalten sich, und danach hast du gesagt, die machen Liebe. Nein, die lieben sich. Ach, die lieben sich. Dann hab ich gesagt, naja, das ist keine Unterhaltung. Hey, Mati, willst du was sehen? Oder hören? Eisensperr haben wir? Ein Eisensperr? Ein neues Kettenhemd? Ist das besser als meinst? Zeig mal, den Sperr. Komm, hier unten rein, da ist eine Kiste. Da tue ich dir das mal rein, was ich eingesammelt habe. Ja, und ich hab mich von oben mal hingebaut. Ja, müssen wir alles wieder zumachen. So, das war drinnen und das war drinnen. Aber wie gesagt, das ist besser. Ich nehm den Sperr. Den Rest tun wir erstmal wieder unten in die Kiste rein, würde ich sagen. Okay, ich geh runter. Wir gehen runter. Komm mit. Das wir unten erstmal wieder alles voll haben, dass dann das nie was abhanden kommt. Hier ist eine Kiste. Ach, die hast du schon leer. Die hab ich schon leer gemacht, ja. Was war denn das jetzt? Ich bin wieder radikalär und angriffbereit. Aber warte mal, naja, Rüstung gucken, ob ich mich verbessern könnte. Irrsinn Schutz bringt nichts. Bringt nichts. Also ich krieg leider Angst hier. Ist der Sperrgut? Also macht er was, sag ich mal. Dirk noch da? Matthias noch da? Ja, ja. Sieht ja komisch aus, mein Ding. Ich hab keine Ahnung, wie der funktioniert. Darf ich dich mal hauen? Nein. Sie haben drinnen genug, die kannst du alle verhauen. Ja. Was sagst du, Ginko? Nein. Wir brauchen da mal einen Trottel, der hochkommt und der das Zeug mit unternimmt. Dirk? Nein. Ginko? Nein. Nein. Ich dachte, seine Teambereitschaft hier. Lass mich nicht als Trottel darstellen. Das ist ja die Direkttrottel. Das ist jetzt, äh, doch, oder? War hier was Interessantes drin? Fünf Eisenbohren, ein Flintstone und ein Eisenhelm. Okay, warte mal, ich gucke mal, wie ist hier. Da ist eine Tür, okay. Kiste, wieder Rüstung, Revolver. Was, du brenn, wie ich brenne, was? Was? Du, was? Du, hau bloß ab, du. Entschuldigung. Ich schaff wieder runter. Ist Gold und Rüstung drin gewesen. Gold, ich komm mit, ich komm mit. Und eine Revolver ist drin. Ähm, goldener? Normaler, Holz, Ding, Revolver. Weil, weil es gibt ja auch ein Goldene mit goldenen Kugeln. Das wäre was für Dirk mit seiner, ähm, wie heißen die Viecher, was du mit Gold bekämpfst. Ne, das, was... Ne, das Ding. Kamele? Er hat doch halt. Dirk will eine Schelle haben. Ich spüre es, ich spüre es in der Hand. Er will eine Schelle haben. Ah, das reicht der Blumen. Das wird so viel... Das ist viel lang so guter Ausbeute. Ähm, Sven, du hast gesagt... Können wir noch ein bisschen gepflanzt werden? Was hab ich gesagt? Dass du, ähm, Feuerschaden gekriegt hast. Ja. Also funktioniert der Zauberstab? Ja, aber... Musst du nicht an mir austesten. Das wollte ich ja nicht, ich wollte die Kiste öffnen. Wo bist denn du überhaupt jetzt? Wieder hier oben. Wir gehen zusammen. Ich guck jetzt gerade... Na, ich überleg jetzt gerade, wie man dort... Wie ich mal dort rein... Wie ich mal dort rein... Guck dir mal. Muss was essen. 1, 2, 3, 4, 5, die sich verliebt sind. Dort noch einer, der rummalt. Weißt du, wie viel das die sind? So weit wir die Treppen runtergehen, gehen wir auf die Fresse. Wortierisch. Die müssen wir einzeln hochlocken. Jetzt müssten wir... Ne, ne. Das sind auch Bogenschützen. Aber jetzt wäre so ein Bolzenschussteil nicht schlecht. Der würde bestimmt gut Schaden machen. Was ist denn hier drinne? Oh, oh, nö. Genau, ich glaube unter uns ist das. Was? Mit dem Schwert. Aber ich bin mir nicht sicher. Du, da gehen wir jetzt nie hin. Das schafft man nicht. Wir brauchen die Gänse und hochlocken nie. Da kommt die Masse hoch, da war's das. Müssen wir anders da was einfallen lassen. Warte mal. Wo bist du? Hier. Ich mach jetzt wieder Platz frei. Ich seh, dort hinten einen Spawnpunkt. Hast du irgendwas zum Schießen? Wo denn? Nördlich von uns. Da siehst du mehr als ich, du. Das sag ich dir. Eins wird... Oh, da ist ein Bogenschütze hinten auf der anderen Seite. Runter mit dir. Runter. Ne, äh, wo ist der... Wo ist der Spawner? Dort hinten beim Bogenschütze. Hier ist was explodiert bei uns. Quatsch. Ne, das sind Zaubersterbe. Da hast du auch ihn. Da machen wir was damit. Der Blitze kommt von oben, Alter. Komm rein, Mann. Da kommen Blitze von oben. Oder bist du das? Nein, der Zauberstab, den ich hab, der kann das nicht. Was hast du für einen scheiß Zauberstab, Mann? Nee, Sperr, meine ich. Alter, wenn Blitze von oben kommen, ich will das haben. Aber die sind da keine Aufmerksamkeit. Alter. Ich hab Angst, ihr kriegt Blitze. Nein, ich hab's. Jetzt hab dich nicht so Mädchenhaft, ja. Wieso krieg ich nicht Blitze? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin hier ganz geheuer. Wo geht's denn hier lang? Da muss einer dort hinten sein, der so einen Zauberstab hat, um Blitze zu zaubern. Den will ich haben, sag ich dir, den Stab. Den will ich haben. Ja, ich will den Fliegestab haben und einen Heilstab möchte ich haben. Gerne. Aber ich will... Ja, alles gut. Halt die Klappe. Wir wollen auch das Haus fertig werden lassen. Das ist so nisch geworden. Na ja. Entweder. Ich seh die da drüben. Naja, das sind aber Schwerter, Schwerter, Bogen, Schwerter, Schwerter. Jetzt hast du'n Blitz abgekriegt. Es brennt das Holzdach. Lass es brennen, da brennt das offen. Da ist es offen, da können wir rein. Boah. Riecht ja eh da wieder ein Blitz ab. Aber irgendeiner muss dich gesehen haben und dann mit dem Blitz... äh, Zauberstab auf dich geschossen haben. Matthias. Ja. Verstehst du meine Denkweise? Ja. Wo ist der Typ? Das ist schön, brennen. Sobald ein Loch ist und keiner drinnen ist, kann man drinnen zumachen. Warte. Mach das weg, genau. Äh, das ist bloß ne kleine Kammer. Warte. Ich lenke den Bogenschützen ab. Ich lenke den Bogenschützen ab. Soll ich mit runterkommen? Kannst runterkommen. Ich hab' Nahrung gefunden. Wir sind in der Küche eingebrochen, alter. Ich bin drin, ich bin drin. Kannst runterkommen. Ja, ich mach' oben noch das Loch zu, damit uns keiner von oben reinsteigen kann. Naja. Ich bin drin. Ja, toll, Küche gefunden. Hast du Holz mit? Ich hab' Nahrung. Was hast du denn für Nahrung? Ich färbe Kartoffeln. Ja, tu rein. Tu rein. Brot. Ey, weißt du was? Rohes Fleisch. Rohes Pfingst. Na, pass auf du. Ehe nicht. Warte mal. Ich boll das unten zu. Ich hab' mich mal lieber eins hochgemacht, das macht mir Angst. Ja, mach' du deine Action, das ist gemein. Sag' du Schäffel, dass du stürmen kannst. Gar nicht, ich brauche. Ach, das sind ein paar Affenköppe, ey. Wieso, was hast du denn? Im Gegensatz zu mir können die sich heilen. Ich kann den Nahrung runterwerfen, da kriegst du ein paar Herzchen. Ja, warum, nee? Die heilen sich dagegen. Ich brauche... Warte mal, Lärm aufzuschlagen, ich komme mal kurz dazwischen. Ja, ich hab' Feuer. Ja, ich hab' auch Feuer. Aber das Schlimme ist, die gehen weg und heilen sich dann dadurch. Könnt ihr mal schlafen gehen, oder einer von euch? Wie mir funktioniert das? Gehen ko? Ja, von draußen weg. Ach nee, ist ja heller Tag, oder? Nee, ist nicht. Ist Tag, sind schon zwei tot. Ja, also... Wie viel Damage mach' ich'n? Ich mach' bloß 5. Das ist mein Problem, ich mach' bloß 5 Schaden. Also 5... Angriff hab' ich. Warte mal, ich mach' mir hier nochmal'n Loch mit rein. Da kann' ich auch mitschlagen. Oder? Na, mach' vorsichtig. Ich bin so nebeneinander, dann mag' ich nicht. Warte mal, hier kommt einer so durchgeglitscht. Der wollte grad' durchglitschen. Bogenschissen, Scheiße. Jetzt, komm. Soll ich probieren? Warte, ich geh' ins Fenster. Komm her. Gut, zwei Bogenschützen, seh' ich bloß noch draußen. Und hinter der Tür ist auch noch einer Scheibe. Aber wartet auf was. Es ist... Es ist Nacht draußen. Es ist... Es ist sehr hier mischt davon, dass es Nacht ist. Es ist Nacht. Kannst du von oben aus sehen, wie viel noch draußen sind? Da wollte ich gerade hoch, aber es ist Nacht draußen. Legt euch mal ins Bett, ihr Weiber. Liegt schon die ganze Zeit. Dirk! Das funktioniert bei mir aber nie, da müssen wir alles warten. Halt' dir recht, geh ins Bett. Das geht nicht, weil ich keine Rechte, null Rechte, hab. Ja, ihr habt genauso viele Rechte wie alle anderen. Nee, ich hab' wen, ja. Also, Ena ist noch unten, der schießt mich ab. Ja, geht Deckung. Zwei Bogenschützen seh' ich auch, aber die hängen irgendwie. Der trifft mich auch nie, der Bob. Das ist ja nett. Ich komm mal wieder, ich komm mal mit hoch. Ich guck jetzt nach einem anderen Weg. Warte mal! Warte mal, ne? Schmarrn jetzt, ja? Ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n gefeuert. Geh' mal weg, ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Gehst du mal bitte, Jens, runter? Ich bin weg. Das reicht, das wird das... Da kann ich nämlich... Vielleicht krieg' ich ja nochmal... Nee, der ist abgehauen. Lass mich, lass mich rein, lass mich rein! Oh, hast du dann schon was abgefeckt. Hm, ich brauch was... Äh, ich hab'n noch. Könntest du müssen... Ena ist hier unten verschwunden. Vielleicht ist es ja meiner gewesen. Ähm, du hast gesagt, wegen Essen. Ja, hab' ich was, was brauchst du noch? Kannst du hier reintun, in den Ofen? Kartoffeln. Da rein, zack. Ah, hier ist ein Bogenschütz, ich hab'n rum. Gut, das reicht, jetzt erst wird man später an. Vielleicht läuft er nochmal vorbei, er kriegt da von mir ein paar drauf. Gut, ich leg mich jetzt ins Bett, also... Ja, versuch's mal, wäre nett. Ist egal, was jetzt in meinem Bett tut. Und wie lange muss man da warten? Fünf, zehn Jahre? Nee, irgendwie geht's nicht. Irgendwie geht's nicht. Ich denke schon, es liegt schon 30 Sekunden jetzt. Ja, dann müsstest du es halt sonst lassen. Weißt du, warum das hier draußen so hell aussieht? Wegen der Beleuchtung, was die so in der Kulah haben. Richtig. Du, äh... Im Ofen hast du was zu essen drinnen. Hab ich ne Schau. Oh, ich brauchte mal einen. Was holst du, glaub ich... Ich bin der Beleuchtung. Ja, ich bin der Beleuchtung. Ich bin der Beleuchtung. Vielen Dank.